Elias Mbarek und seine Fuck You Goethe 3 Crew haben einen krassen Höhenflug. Doch wer jetzt denkt, dass die Schauspieler arrogant geworden sind, liegt falsch. Elias durfte in Österreich mit einem Hubschrauber von einem Termin zum anderen fliegen. Denn bei der großen Kinotour zum Film hat der Cast bis zu drei Termine am Tag. Ja, endlich standesgemäß reisen. Keine U-Bahn mehr. Hallo Graz! Es waren mega viele Fans vor Ort und alle rasteten richtig aus, als die Seki Müller einmal live sehen konnten. Die Fuck You Goethe Crew besucht insgesamt 19 Städte. Ob deine Stadt auch dabei ist? Du findest alle Termine im Link in der Infobox. Gewusst? Auch 2018 wird es Fuck You Goethe geben, allerdings ohne Elias. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in der Infobox.